Wie viel Geld solltest du in welchem Alter gespart haben? Du möchtest das jetzt wissen, dann bleib am besten jetzt dran. Ich habe mich früher immer gefragt, wie viel Geld ich zum Beispiel mit 18, mit 21 oder mit 25 oder gar dann mit 30 haben sollte. Ich habe mir früher gesagt, eine Million mit 30, das wäre doch das Ziel. Und ich werde heute mit euch gemeinsam einige Statistiken aus der Schweiz mit euch anschauen, die ziemlich genau darstellen, wie viel Geld in welcher Altersgruppe ihr bereits angespart haben solltet und darüber hinaus, wann ihr tatsächlich zu den Vermögensten in der Schweiz gehört. Legen wir also direkt los. Ich habe mir nun also einige Statistiken und Quellen herangezogen. Da war ich zum einen auf der Seite dievolkswirtschaft.ch, da gab es einen sehr interessanten Artikel und ich habe mir hier mal die Zahlen rausgeschrieben und ihr seht auch die Kurven. Natürlich wird man erst deutlich, deutlich vermögender ab 50. Heißt aber nicht, dass man davor noch kein Vermögen hat. Sehr, sehr spannend hierbei ist tatsächlich, dass wir das sehr schön aufgegliedert haben. Wir sehen zum Beispiel in den Altersgruppen von 25 bis 29 hat ein Ein-Personen-Haushalt lediglich 10.000 Franken Vermögen. Ein Paarhaushalt ohne Kinder fasst das Dreifache mit 27.500. Ein Ein-Eltern-Haushalt hat hier tatsächlich noch gar kein Vermögen und Paarhaushalte mit Kindern tatsächlich 4.000 Franken. Es handelt sich hierbei um Medianzahlen, das bedeutet Haushalte sind genau in der Mitte. Das bedeutet 50% der Haushalte, die zwischen 25 und 29 sind, die ein Ein-Personen-Haushalt sind, haben weniger als 10.000 und die anderen 50% haben mehr als 10.000. Springen wir mal etwas weiter, wo man denkt, hey, da hätte ich doch gerne die Millionen gehabt mit 30. Tatsächlich ist relativ erschreckend, mit 30 bis 34 hat man entweder 12.600, 42.100, 251 Franken, ja richtig gehört, 251 Franken oder knapp 12.000 Franken. Es ist tatsächlich sehr erschreckend, wie wenig Vermögen hier Haushalte haben, ja. Man muss auch bedenken, all diese Zahlen beziehen sich auf Haushalte. Das bedeutet, wie ihr es schon richtig gehört habt, wenn ihr wirklich zum Beispiel auch zu zweit wohnt, dann müsst ihr auch euch in der richtigen Kategorie entsprechend anschauen, wo ihr gerade seid, ja. Das ist nämlich nicht so einfach und tricky, da kommen wir später nochmal dazu, weil ich noch einen anderen Artikel dazu gezogen habe. Spannend wird es erst tatsächlich meiner Meinung nach ab so 55, denn 55 bis 59 hat ein Ein-Personen-Haushalt knapp 31.000. Allerdings ein Paarhaushalt ohne Kinder bereits schon 115.000 Franken, das ist mehr als das dreifache, fast das vierfache an Vermögen, obwohl man dann zu zweit ist. Ein Ein-Eltern-Haushalt hat sogar mehr mit 46.000 an Vermögen und ein Paarhaushalt mit Kindern hat sogar deutlich, deutlich mehr mit 140.000. Wie das genau funktioniert, kann ich mir kaum erklären, dass sogar ein Ein-Eltern-Haushalt mehr Vermögen hat in dieser Altersklasse als ein Ein-Personen-Haushalt. Es kann natürlich sein, dass wenn du, so erkläre ich mir das vielleicht, wenn du Kinder hast, einfach mehr Drive hast, mehr Gas gibst und vielleicht dadurch dann auch in der Karriere besser dastehst. Ich weiß es nicht, ich kann nur mutmaßen, allerdings fand ich das extrem spannend. Auf der anderen Seite, sobald man in Rente geht, das ist mit 65 bis 69, sehen wir, man ist dann mit knapp 130.000 im Ein-Personen-Haushalt, mit 366.000. Hier wieder fast das Dreifache, ein Paarhaushalt ohne Kinder, ein Ein-Eltern-Haushalt mit 117.000 und ein Paarhaushalt mit Kindern bei einer Viertelmillion. Spannend dabei ist, dass ein Ein-Eltern-Haushalt und ein Ein-Personen-Haushalt fast jeweils meistens gleich viel Vermögen hat, oft sogar der Ein-Personen-Haushalt sogar etwas mehr Vermögen hat. Was ich extrem spannend finde und tatsächlich gibt es keine weiteren Zahlen für die Ein-Personen-Haushalt und Paarhaushalte mit Kindern, die älter sind. Das liegt einfach daran, weil einfach zu wenig Datensätze vorhanden gewesen sind. In der Kurve sehen wir das auch relativ gut, dass eigentlich die Vermögen ab dem Rentenalter kaum sinken, sogar eher leicht tendenziell steigend sind. Was auch sehr interessant ist, sehr oft reden wir von dieser Entsparphase und da denkt man dann doch eigentlich, hey Moment mal, wenn ich in Rente gehe, verziere ich mein Vermögen. Tatsächlich sieht die Realität zumindest beim Median-Netto-Vermögen der Haushalte nach Alter und Familiensituation so aus, dass tatsächlich das Vermögen eher mehr oder weniger seitwärts, leicht aufwärts sich bewegt, nachdem man in Rente geht. Das kann natürlich daran liegen, man muss auch verstehen, dass diese Werte oder diese Zahlen, natürlich sind Aktien da als Investments, Immobilien, aber auch eben Barvermögenswerte, Bankkonten, Gold und Co. hier mit eingerechnet sind. Natürlich, wenn Investments im Spiel sind, kann natürlich dann auch der Fall sein, dass Investments auch nach und nach langfristig auch immer wieder besser laufen. Wir rechnen ja mit der Börse bei aktuell ungefähr 8-9% pro Jahr im Durchschnitt, über Jahrzehnte hinweg pro Jahr, von dem her nicht unbedingt abwegig. Dann haben wir auch hier beim Artikel, und das finde ich immer sehr spannend, Haushalte mit Pensionierten befinden sich im Allgemeinen in einer sehr guten wirtschaftlichen Situation. Sie haben ein sechsmal höheres Nettovermögen als Haushalte mit Personen im Erwerbsalter. Erwerbsalter, und das ist halt natürlich völlig logisch, meiner Meinung nach. Man hat auch einfach mehr Zeit, um Vermögen aufzubauen, hat sein ganzes Leben allenfalls gearbeitet. Aber jetzt springen wir zu einem anderen Artikel, den ich auch spannend finde, und zwar ist der bei 20 Minuten. Ja, 20 Minuten, auch dort lese ich ab und zu den einen oder anderen spannenden Artikel. Ab diesem Vermögen gehörst du zu der reichen Hälfte der Schweiz, von Mitte 20 bis ins Pensionsalter. Diese Zahlen vom BFS, das ist das Bundesamt für Statistik, zeigt, wie viel Geld Gleichalträge gespart haben. Und tatsächlich steht hier Medianvermögen nach Altersgruppe in Franken. Zu Vermögen zählen hier Immobilien, Banknoten, Finanzanlagen, Werkgegenstände und die Säule 3a sogar. Und da sehen wir hier auch wieder sehr ähnliche Zahlen. 21 bis 25, 16.500, 31 bis 35 mit 27.000, 41 bis 45 mit 72.000, 51 bis 55 mit 89.000 und 61 bis 65 mit 190.000. Warum jeweils die 26 bis 30 ausgelassen worden sind, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich wird es immer irgendwas dazwischen sein und so stufenmäßig, treppenmäßig rauf und runter gehen. Hier an dieser Stelle sei natürlich gesagt, wenn ihr auch vor allem in Zukunft während dem Rentendasein oder im Pensionsalter dann später in 20, 30, 40 Jahren auch noch ein wachsendes Vermögen haben wollt, empfehle ich euch hier einfach mal definitiv zu investieren. Ich persönlich bin bei Swissquote. Ihr könnt euch heute noch aktuell bis zum 30. April ein neues Depot eröffnen und euch 200 Franken Trading Credit sichern. Die Aktion läuft noch bis zum 30. April 2024. Sie wurde verlängert. Darum an dieser Stelle gerne das Depot bei Swissquote eröffnen. Ich bin da sehr, sehr zufriedener Kunde. Dann haben wir tatsächlich auch noch das Medianvermögen im Kanton Zürich. Und der Kanton Zürich, der ballert natürlich hier auch nochmal ordentlich raus. Mit 25 Jahren sind wir bei 0, 35, 25.000, 45 sind wir bei 70.000, 55 bei 100.000 und dann bei 65 ballert es komplett rein mit 300.000. Also der Kanton Zürich ist tendenziell, wenn ich jetzt das mal angucke, schon so ein bisschen der Überflieger. Wahrscheinlich auch Kanton Schwyz, Kanton Zug, auch sehr ähnliche Kantone, die deutlich outperformen. Denn die vorherigen Medianwerte sind über die ganze Schweiz verteilt. Aber trotzdem der Kanton Zürich, der zeigt nochmal ordentlich, was er hier drauf hat. Vor allem gegen Ende der Geschichte. Sehr, sehr, sehr interessant. Meiner Meinung nach. Was auch spannend ist, das Vermögen der Haushalte mit Personen im Pensionsalter besteht hauptsächlich aus Wertpapieren und Kapitananlagen. Vor allem Bankguthaben sowie Immobilien, also vor allem Investments. Bei allen pensionierten Haushalten insgesamt beträgt der Medianwert der Bankguthaben 142.000. Das ist auch krass. Das heißt, die haben auch viel Cash auf der Hohenkante, wenn ich das richtig verstehe. Das ist schon sehr, sehr wild. Was das Fazit vom ersten Artikel ist, und das finde ich sehr interessant, das wollte ich euch einfach nochmal kurz auch vorlesen und noch meine Meinung dazu kundtun. Anhand dieser Daten sind drei Feststellungen möglich. Erstens ist es nicht so, dass bei einer dem Median entsprechenden Person im Pensionsalter das Vermögen schrumpft, das während des Erwerbslebens angespart wurde. Das ist erstmal dieser Punkt. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur Lebenszyklustheorie, bei der davon ausgegangen wird, dass das Ersparte im Alter für den Konsum verwendet wird. Erbschaften stellen somit die wichtigste Form der Vermögensübertragung dar. Und das ist der große Punkt, die ich extrem interessant finde. Ich persönlich hatte auch so die Vermutung tendenziell eher, dass das Vermögen aufgebraucht wird im Alter. Aber die Realität ist, zumindest, natürlich gibt es einzelne Fälle, aber die Realität ist, wenn man sich die breite Masse hier in der Schweiz anschaut, das Vermögen im Alter wird tatsächlich über ein Erbe transferiert und nicht dadurch, dass es konsumiert wird und in den Wirtschaftskreislauf reingeht. Es wird tatsächlich nicht verkonsumiert. Es wird nicht entspart bis zur Null, sondern es wird vererbt. Und das finde ich relativ krass. Das war mir so dessen in dem extremen Umfang gar nicht bewusst, bevor ich mir diese Statistiken reingezogen habe. Und ihr merkt, ich finde das ein super interessantes Thema. Und meine Meinung dazu, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir diese Zahlen einfach mal angeguckt und mir gedacht, okay krass, wo stehe ich denn überhaupt? Ich bin jetzt 27, ich werde dieses Jahr 28. Das heißt, ich bin noch in der Altersgruppe von 25 bis 29, wenn wir unsere erste Tabelle anschauen. Ich bin nicht in einem Ein-Personen-Haushalt. Ich bin in einem Paar-Haushalt ohne Kinder, vielleicht bald mit Kinder. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, wir gehen zwei Jahre in die Zukunft, dann wäre ich 29 oder knapp 30. Dann wäre ich so bei diesem, nehmen wir dann an, ich bin einfach 30. Ja, weil ich werde 2026, werde ich mein 30. Lebensjahr vollenden. Also ich werde 30. Das heißt, ich müsste bei, tatsächlich, wenn ich da dann Kinder habe, bei ungefähr 12.000 Franken Haushaltsvermögen sein. Ich habe mir am Anfang des Videos, habe ich euch ja gerade auch erklärt, wäre doch geil mit 30 die Million. Und ich bin sowas von erstaunt, dass dieser Median niedriger ist, als ich gedacht habe. Ich bin selber so ein bisschen perplex. Das liegt vielleicht eben auch daran, dass wenn man sich mit anderen Leuten austauscht, die im Finanzbereich tätig sind oder auch allgemein sich mit Finanzen beschäftigen, wahrscheinlich alle einen höheren Standard sozusagen pflegen, was ihre eigenen Finanzen angeht. Und ich muss ehrlicherweise zugestehen, ich kenne jetzt keine Paarhaushalte mit Kindern, die jetzt 30 sind und unter 12.000 an Haushaltsvermögen haben. Weil das wäre ja dann ungefähr 6.000 pro Kopf, also pro erwachsene Person. Und das finde ich halt schon sehr, 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 sehr wild irgendwie. Und da muss man sich bedenken, da sind 50% der Paarhaushalte unter diesem Betrag und 50% darüber. Das war mir so eigentlich gar nicht bewusst. Klar, sie werden dann gegen Ende hin halt schon auf ihre Viertelmillionen oder 150.000, 170.000, teilweise 400.000 kommen. Aber das ist dann halt erst so mit 65, 70, 75.000 und das finde ich schon extrem erstaunlich. Weil wenn ich mich jetzt hier eingliedern würde, muss ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, und vielleicht habt ihr hier auch nochmal interessantere Statistiken, könnt mir direkte Links senden, gerne dann auch unten in die Kommentare reinposten, würde mich extrem interessieren. Ich muss ehrlicherweise zugestehen, dass ich auch beim Bundesamt für Statistik auf der Webseite gewesen bin und ich teilweise nicht so ganz durchblicke und die Dinge finde, die ich möchte. Und manchmal sind sie dann auch französisch und ich kann kein Französisch, obwohl ich es in der Schule gelernt habe. Also vielleicht hier auch nochmal ein paar Punkte. Mich würde nämlich auch interessieren, in der Skala, wo landet man dann in den Top 5%, in den Top 1%, vielleicht sogar in den Top 0,1% oder halt auch umgekehrt, dass man halt sich besser einordnen kann. Generell finde ich solche Statistiken gut, da kann man sich mal einordnen, ist man bei der oberen Hälfte, unteren Hälfte. Man muss natürlich diese Statistiken mit einem Salzkorn nehmen, denn die sind nicht 100% Realität. Sie widerspiegeln vielleicht 60, 70, 80% der Realität und dann hast du noch so ein Margin of Error für Dinge, die nicht angegeben werden oder auch insgesamt Fehler und so weiter. Anfälligkeiten, Einzelfälle, Individualfälle. Aber nichtsdestotrotz gut, um sich einzugliedern, wo man gerade steht, ist man übermedian, ist man untermedian. Man hat vielleicht Aufholpotenzial und anhand dieser Daten kann man sich definitiv motivieren lassen. Und ansonsten, was ich euch wirklich extremstens, wärmstens empfehle, vor allem, wenn es dann auch um das langfristige Investieren geht. In der Schweiz sind ja, wie ihr wisst, Kursgewinne unter anderem steuerfrei. Wie ihr davon maximal profitieren könnt und wie man damit umgeht, dass man hoffentlich mit Best Practices nicht Steuern zahlen muss auf die Kursgewinne, habe ich hier in diesem Video etwas genauer erläutert, recherchiert und meine Erfahrungen, meine Recherche mit euch transparent geteilt. Ich bin natürlich kein Steuerberater, aber nichtsdestotrotz habe ich das Beste getan und das alles in ein Video gepackt.